Hallo, willkommen bei Pfeffer Lebensmittel. Ich würde vorschlagen, ihr kommt einfach mal rein. Hallo. Bei euch geht es ja heiß her. Ja, das ist unsere Fleischhausküche. Hier kochen wir unseren Mittagstisch von Montag bis Freitag. Und die Sammy macht unsere berühmten Maultaschen hier. Die gibt es natürlich auch vorne beim Christian in der frischen Theke. Was geht denn bei euch am meisten über die Theke? Sind es die Maultaschen? Ja, zum Beispiel unsere hausgemachten Maultaschen oder unsere Spezialität, das schwäbische Thun. Schweinefleisch und Weißwein gekocht. Musik 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 Musik